Jolo, du und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge BDH-Line und ja, wir sind hier gerade im Auto mit Tyson und flüchten gerade und ja. Okay, verstanden. Wir melden uns. So. Weiß die Lady Will, kriegt sie auch. Ne, da geht's. Jedenfalls nicht. Okay, halt hier an. Dann suchen wir diesen Ruma. Hey, gibst du mir Deckung? Okay. Müssen wir jetzt ernsthaft den Schrott? Ernsthaft den Schrottplatz untersuchen? Ja. Ja. Hey. Hey Tony, jemand hat das Auto aus überfallen. Gut. Wir haben eh zu viele Autos. Vielleicht sind wir die nächsten? Ja. Okay. Hey Tony, jemand hat das Auto aus überfallen. Müsst ihr den töten? Komm. So. Den haben wir jetzt einfach mal getötet. So, und was jetzt? Oh, du hast ihn nur, du hast ihn sicher. Ich sehe ihn nicht! Flagge! Oh ja, ich bin deres Vorsicht. Nein! Wann der Rest? ja das ist voll in den Flammen du kleiner Bastard noch einer Alter, wo ist denn der kleine Bastard? Nee So, kurz mal hier, Ausrüstung Nein Ja Ja Stärme ja fast so So Oh, jo, da kommen welche Geh doch schneller runter 57 Jetzt mal kurz nicht bewegen So 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 Okay 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 Er ist hier lang Los Seht da drüben nach Hier muss er sein Hier muss er sein Ist der tot? Jo Ja Das werte Es ist Natürlich Es ist Was ist 打 Wenn Ist Dann Da ist er! Da ist er! Sieht ihn einer? Hey, such ihn! Da drüben! Was zum Teufel? Okay, kurz warten. Wo ist er denn hin? Wurde! Wo ist er? Wurde! 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 Der ist total krass! Mach den euch! Fuck! Mach den Platz! So! Alter! So! Guck mal was hier drin ist! Design Koffer! Das ist sprengbar! Boom! Hey! Hey! Ist da wer? Hallo! So! Ähm! Ah! Ja! Nichts passiert! Äh! Lass mal den Alarm deaktivieren! Hä? 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 Ich hab grad keine Ahnung... Hä? Was wir machen sollen... Was ist denn hier drange? Hey! 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 Ist da wer? Hallo! Hey! Hallo! Hey da sind wir nicht grad bisschen sprachlos. Da ist ne Taube! Ich kriege keine Luft! Okay... Okay! Das ist ne Taube! Okay! Da ist ne Taube! Ich lebe noch also! Mach du bitte mal auf! Okay. Hey, ich wüsste einfach nicht, was man jetzt machen soll. Komm, wir gehen mal zurück zu... zu den Tyson. Tyson! Tyson! Was müssen wir machen? So, Tyson, du stehst hier seit... einer halben Stunde so, ungefähr. Und... Ja. Da ist jetzt eine Objektmarkierung. Da gehen wir mal hin, sobald ich hier... So. So. Noch mal kurz schauen. Jo, da ist doch gleich viel besser. So, aber ich würde erst mal sagen...